Ja, Servus da draußen und herzlich willkommen zur Laberstunde am Sonntag und heute gibt es wieder fantastische Nachrichten. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt und ich kann es nicht fassen, ich haue letzten Sonntag das Video raus zu 50 und erzähle dann noch einmal meine Meilensteine sind 50, 100, 500 und zu jedem Meilenstein haue ich was raus. Und da waren ja schon fast die 100 erreicht und tatsächlich am 4.5. waren es dann wirklich 100. Stand heute, wir haben heute Freitag, ich muss es leider wieder früh aufnehmen, weil ich schaffe es am Sonntag einfach nicht. Ist ja auch egal, ihr seht das jetzt heute am Sonntag, aber Stand Freitag heute haben wir 119 Abonnenten und das ist einfach nur extrem krass. Ich kann nur nochmals vielen, vielen Dank sagen und ja, ich habe gesagt zu jedem Meilenstein 50, 100, 500, 1000 und so weiter haue ich etwas raus. Und das machen wir auch diesmal, aber dieses Mal kommt das Ganze später, weil ich habe noch zwei Kleinigkeiten zu erzählen, die euch vielleicht auch interessieren dürften. Und zwar Nummer 1. Ich hatte Kontakt mit dem Apple Support wegen dieser Problematik Final Cut Pro und Mac Mini M1 mit 8 GB und ihr werdet es nicht glauben. Ich rufe dort an. Erstmal haben sie mich ans ProMedia Team weitergeleitet, weil Apple Support da nicht zuständig war. Und dann hat das ProMedia Team oder ein Mitarbeiter von dem Team versucht, auf mein Mac Mini M1 zu kommen. Ich habe dann oben rechts im Eck so eine Bestätigung bekommen, bitte bestätigen Sie das, unser Mitarbeiter, bla bla blub und dann hat das geblinkt und er kam nicht drauf. Nach langem Hin und Her, nach Fritzbox Resetten und, 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 die haben ja die dubiosten Gründe erzählt, sind sie dann drauf gekommen, indem sie mir per E-Mail einen Link geschickt haben. Ich habe also die Software bei mir installiert und die haben sich da eingeloggt, hat funktioniert. Das war aber gar nicht das Merkwürdige. Das Merkwürdige an der Geschichte war, der schaut auf meinen Bildschirm, ich habe Final Cut Pro auf, ich habe die Aktivitätsanzeige drauf, damit er auch den Dienst zieht. Ich verlinke euch das Video mal oben in der Infobox, dass das die, die es noch nicht wissen, vielleicht da nochmal reinschauen können, wenn es das interessiert. Wie auch immer, ich hack in dem Video rum, ich cutte, ich verschiebe, ich mache, ich tue minutenlang und dieser scheiß Ton will nicht verschwinden. Meine Güte, ich habe gesagt, was ist jetzt los? Kurz vor meinem Anruf beim Support bereite ich alles noch vor, probier, mach, tun, jedes Mal war der Ton weg. Der Support schaltet sich auf meinen Rechner, alles vom Feinsten. Naja, ich habe dann zu dem lieben Mitarbeiter gesagt, ja und nu, jetzt kann ich es Ihnen halt nicht zeigen, sehr, sehr merkwürdig. Er hat mir dann noch ein paar Tipps dagelassen und nachträglich auch nochmal per E-Mail geschickt. Er meinte, ich soll den Mac Mini M1 in Safe Boot machen und dadurch wird das elektronische Gehirn des M1 gelöscht und vielleicht hilft ja das. Und ich soll einfach nochmal schauen, dass ich das reproduzieren kann und dass er dann nochmal draufkommt und das einfach sieht. Also er hat auch wirklich alles geprüft. Er hat meine Kamera geprüft, die Lumix G80 und hat in der Datenbank geschaut. Aha, ist also wirklich kompatibel und ja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte ihm das Problem nicht zeigen. Erst habe ich gedacht, vielleicht hat er doch im Hintergrund irgendwas gemacht, was ich nicht weiß, was ja völlig absurd ist. Ich weiß, habe dann direkt, nachdem dieser Apple Support Mensch von meinem Mac unten war, Final Cut geöffnet und habe ca. 10 Sekunden Video gecuttet, hin und her geschoben, Ton war weg. Unfassbar, ich schnalle es nicht. Ganz ehrlich, völlig ratlos. Aber so ist es. Ich habe jetzt vor, das nochmal wirklich noch, noch wasserdichter und reproduzierbar, mir irgendein Szenario zu basteln, ja, nochmal ein Apple Support anzurufen, die nochmal draufzulassen. Vielleicht sehen sie es ja auch und haben eine Lösung. Der Apple Support meint aber, das Problem sei nicht bekannt und auch auf einem 8 GB Mac Mini M1 sollte alles genauso gut laufen, wie auf dem mit 16. Naja, wir sind gespannt. Sobald ich da Neues weiß oder eine Lösung habe, haue ich da ein extra Video dazu raus, dann sei da auch auf dem Laufenden. So, und der zweite Punkt, bevor wir an euch was raushauen, ist, ich habe vor, so ein Blinky Blinky Garagen Projekt zu machen. Ich habe so viele E-Mails bekommen deswegen und dann dachte ich, komm, ich baue das einfach an meiner Garage mal nach. Jetzt ist nur das Problem, meine Garage, also das Tor meiner Garage fährt nicht komplett nach innen auf. Also das steht quasi bündig zur Garagenaußenwand, wenn es auf ist, wie man auf dem kleinen Video auch gut sehen kann. Und da macht es natürlich sehr wenig Sinn, dann an oben eine Leihstehen zu machen, weil die ist ja dann völlig verdeckt von dem Tor, wenn es aufsteht. Beispiel, das würde man zwar sehen, während es auffährt, dass es von mir aus rot blinkt, aber wenn es dann auf ist, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich nicht dann seitlich einfach zwei Meter Leisten hinmache, die dann eben seitlich rot blinken und Licht von der Seite geben, wenn es dann offen ist. Oder wie wir das machen, soll jetzt auch erstmal keine Rolle spielen, da mache ich mir Gedanken. Nur für euch als kleine Info, das Zeug ist bestellt, das kann sich jetzt um ein paar Tage handeln, dann ist es da, dann gibt man nochmal zwei, drei Wochen, das alles fertig zu machen und dann wird es ein Video dazu geben, ausführlich mit Montage, mit Installation, mit dem Einbinden in IO-Programm. Ja, und dann hoffe ich, hilft euch das auch weiter, weil da habe ich wirklich sehr viele E-Mails gekriegt. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich gerne raushauen möchte, und zwar ist diese SSD hier. Auch das Video dazu verlinke ich euch gerne nochmal in der Infobox, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wissen wollt, was da drin ist. Und im Prinzip ist es ja diese Selbstbau-SSD, die ich vor kurzem vorgestellt habe. Ihr bekommt eine 1TB SSD, eine externe inklusive Kabel von mir zugeschickt und wir machen es wie beim letzten Mal wieder ganz einfach und simpel. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Kommentare irgendwas reinglimmern. Und Hauptsache der Hashtag SSD ist dabei, mehr nicht. Die Auflösung von dem Ganzen machen wir dann eben auch wieder in zwei Wochen, am Sonntag in zwei Wochen. Das wäre dann der 30.05., da los ich dann den glücklichen Gewinner wieder über so eine automatische Kommentar-Auslost-Zufallsgenerator-Maschine. Und gut ist, ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Es geht so rasant steil nach oben. Wahnsinn und, ja, was soll ich noch sagen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.